Moins zusammen und Willkommen zu einer weiteren Folge Anno 1440 hier auf meinem Kanal ist wir sind wieder auf leichter Beute hoch und ich bekomme ich hier das oh oh wait okay ne wartet wir haben noch eine Mission habe ich irgendwie komplett vergessen ja das müssen wir einfach nicht töten auch gut seid ihr alles zu quer sein Sie haben das abzufangende Schiff zerstört. Ja so, Schiff vernichtet, äh, und dann mal sie abgeben, guck mal, ob ich noch irgendeine Endkermannschaft herbekomme und dann einfach versuch'n, mit dem Schiff zu enden. Es wär ein Träubchen, wenn ich da noch irgendwie irgendeinen Schiff bekommen kann. Und wenn's ne ungroßes Heimlich ist. Ja. Ja, Geld, okay, was kostet das Schiff? Ich weiß, es ist verrückt. Nein, Walrus, komm hierher. Äh, kann ich noch ein Endkermannschaft aufgeben? Nö. Kann ich Neugürfel? Ja. Mach schnell! Will dabei nicht und jetzt verschwinden. Okay, ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Äh. Da fehlt irgendwo ein Schiff. Äh. Da wär sogar schon eins gewesen. Es interessiert mich nicht im Geringen. Ja. Ja. Ja, was hat er gesagt? Keine Ahnung. Äh. Ja, da wär's so viel gewesen, aber ich... Das war's. Ach Gott. So. Ja. Ich brauch ein Schiff. Ich ganz schnell... Was habt ihr erwartet? An den Freudentanz? Ja, ich, ich... 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 ganz schnell. Äh... ja okay ich glaube jetzt hier noch dieses handel nicht angreifen die politik ich mein schiff angreifen die politik alter Wir haben wieder tausend von Schiffen abgeflossen, das tut sich nicht, fahrt das einfach aus Taurus. Ja, ich habe ein neues Handelsschiff. Das ist auch eine Möglichkeit, dann neue Schiffe bekommen. Nein, das hört sich zu weit. Na, ich trage dann. Hopp. Warte. Warte. Okay. Und dann bin ich auch kristen. So. An welcher Art Geschäft bist du interessiert? Du bist der gleiche Halsabschneider wie ich. Wo war's? Wo war's? Wo war's? Wo war's? Wo war mein Zeichwort? Oh ja. Ich hätte da etwas, das dich interessieren könnte. Dann ist es abgemacht. Mach schnell, wilder Beifel. So. Ich schlage ein. Hallo. Mich wollen diese Schiff fassen. Heute ist euer Tag. Und es wird zeigen. Ich kann euch so schlecht verstehen. Ich... Dich auch. Ähm. Ihr seid ganz nach meinem Geschmack. Sieh dir dieses Schiff schön. So. Äh. Äh. Wieder 8000. Ich packe ich da hin. Mein Schiff sammeln. Ich habe alle von dem einen. Kann ich dir hierbei vertrauen? Kann ich dir hierbei vertrauen? Äh. 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 Meine Flörde besteht jetzt aus fünf Schiffen. Ich weiß nicht wo das Schiff ist, dass ich enthören muss. Äh. 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 Kann ich auf der Karte gucken? Sehe ich so besser? Nö. Ich sehe es immer noch nicht. Äh. Kann ich auf der Karte gucken? Ich sehe es immer noch nicht. Ja. Okay. Ist aber auch okay. Ich wollte ja heute eh kein Verliegen haben. Ich weiß, dass hier... Oh. Äh. 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 Ich weiß, jetzt heute... Äh. Ihr schon wieder. Hi. Diesmal will ich nicht dein Schiff, ich will einfach nur die Fracht. Und du könnt sie mir gleich geben oder ich dich halt töten. Und der zernletzt ist hier sein Schiff. Wie kommt eigentlich das, dass du die Schiffe hast? Nein. Nein. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Ja. Ich weiß. Nein. Warum? So. Dich. Dich hole ich jetzt. Zwei ihrer Mitspieler schließen ein Handelsabkommen. Ja. Dafür, dass du mein Schiff angekissen hast. Ähm. Ich würde hier gerne zum Kaparatur kommen. Nein. Zum Kaparatur. Ja. Oh. 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 Also. Ich werde euch lehren, einer Dame von Stand mit Respekt zu begegnen. Okay. Ja gut, ne? Ich weiß nichts, soll, soll ich dich auch noch erledigen? das passiert schon von selbst dann hole ich das treibgut das schiff hatte nichts geladen das heißt da habe ich jetzt mal ganz ich fahre jetzt erstmal alle alle mach schnell wieder dann ist es abgemacht da habe ich jetzt ja bist du interessiert und jetzt verschwinde die wachos ist hier angegriffen so wo ist eigentlich das schiff dass wir oder das sind direkt war ja gut das kann sich als problem herausstellen machen ja okay das eine muss ich vernichten und das andere enden ja dann kommt mal her ich möchte nicht so lang ich wollte ich mir ich wollte ich mir nicht vor die da runter kommen wir überhaupt runter ja okay nö hier sind wir ich darf doch bitten ah nö das ist in einer anderen oh denn das kriegst du ja ich würde dich gern so rausfallen dass da kein kriegstück in der nähe ist und aber nicht voll können ich glaube nicht ich hab's nicht Und stimmt, ist das hier. Eines ihrer Schiffe steht unser Beschuss. Okay. Wir sind in Kraft zu beschissen. Komm, dann trägt sich der noch das hier. Okay. Und dann wieder ab nach Hause. Feindliche Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesichtet. Ein Licht mit Gelen... Mann! Ich nehme ja auch dieses Schiff wieder, wenn du meinst, dass es mich wieder angreifen muss. Ich habe gar kein Problem damit. Ich lasse mich dir mal klar. Ich lasse mich dir mal klar. Ich hätte da etwas, das dich interessieren könnte. Ich hätte dickes Geld gemacht. So. Ich schlage ein. Ich hätte da etwas, das dich interessiert. Du bist der gleiche Halsabschneider wie ich. Mach schnell. Will dabei nicht wirken. So. Ich schlage ein. Ich schlage ein Angebot. Mit gratisentern. An welcher Art geschäft bist. Du bist der gleiche Halsabschneider wie ich. Ich packe es jetzt einfach mal in mein Kontor. Ganz genau. So. Dann, wo habe ich das... Ähm. Hier geht man auf das... Alter, nö. Komm. Ihr wartet da jetzt nicht. Oh, natürlich kann ich direkt aufliegen. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Wow. Oh. Tötet das Schiff jetzt. Das wir töten. Und eins davon mit mir entnehmen. Gut. Geht doch zum Schiff, das du enthören sollst. Wir sehen jetzt halt ein bisschen nah an seinem Ding. Ach, nein. Alter. Auf einer Insel ist ein Sandsturm aufgezogen. Ihr solltet es nicht zerstören. Ihr solltet es enden. Sag mal, wie inkompetent seid ihr eigentlich? Gibt es niemanden sonst in ihr quer? Die Entenmannschaft habe ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr gehabt. Alter. Gibt es niemanden sonst in ihr quer? Nö. Oh, weih. Das ist so, dass ich mich. Ich lege das gerade durch. Ich bin ja eigentlich direkt immer vor meiner Haustür. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Ich weiß. Und es ist mir gerade egal. Äh, ja gut. Sag mal, was ist jetzt dein Mission? Was ist deine Mission? Ich würde gerne mal so einen Kriegsschiff enthören. Aber sobald wir halt in eine Nähe gekommen sind, dann sind sie halt wieder alle tot. Das ist geschäftsfähiger Tod. Wait, wait, wait. Das ist der. Mann! Verkauft es doch. Ähm, der Boden, ne? Ich hätte da etwas, das dich interessiert. Das Ding, äh, habe ich wieder genug Geld, um mir dieses... nettes Schiffchen hier zu kaufen. Normalerweise schon. Ich weiß es aber selber nicht. Ihr seid ganz nach meinem Geschmack. Und ich weiß es ist verrückt, die ihr als solch. So, und jetzt versteckst du Schiffe meiner Flotte. Was habe ich eigentlich hier noch alles zu tun? Oh, ich hab's sogar zwei. Das ist schön. Mach schnell. Mach mal eine Kauten. Ja. Ah, dann ist das abgemacht. Das heißt, ich würde mir gerne, äh... Ich würde mir gerne mal so ein Kindschiff unter die Nase reißen. So. Beseitige die Blutspurme. Äh, welches habe ich jetzt da? Ah, schön. Äh, ich weiß halt nicht, ob das jetzt so die sinnvolle Idee ist. Ich kann's mal probieren. So. Äh, alle anderen. Stellt euch mal da hin für den Fahrrad. Ja, das wird eskalieren. Mist. Nein, 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 nein. Geh du erst mal weg. So. Zwar eins kontrolliert. Ausschalten. So etwas. So, dich enter ich jetzt. Ich enter dich weg. Äh, ja. Äh, du das enter. Ja. Nice. Okay. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Oh, ich rufe ich mal da. Ein gegnerisches Schiff geht in Ihrem Besitz über. Ja. Ich habe ein gegnerisches Kriegsschiff. Nice. Haha. Ihr kommt jetzt erst mal ganz mit hier hin. Ja, komm. Ich bin mir gedacht. Nice. Ich habe ein gegnerisches Kriegsschiff übernommen. Okay. Ach, hier ist es. Das ist nötig. Diese Aufgabe ist nichts für Feiglinge. Drei Kisten Treibgut. Ich sage jetzt mal nö, ich habe gerade zu tun. Und zwar muss ich meine... Ich werde es jetzt erst mal hierher kommen. Ich werde es jetzt erst mal hierher kommen. Ich werde es jetzt erst mal hierher kommen. Ein weiteres Schiff versenkt. Dann das Treibgut aufsammeln. Ist zu gut zu meinem Konter bringen. Und ja, Leute. Ich würde sagen... Wir haben heute mal wieder einiges geschafft. Und damit sieht man sich wie immer in der nächsten Folge. Hade rein. Ciao. Later.